So, hallo, willkommen zu einer kleinen Folge außerhalb der Reihe. J-Nerd hat mich angeschrieben und mich darum gebeten, hier nochmal ein Easter Egg aufzudecken. Das machen wir nochmal eben schnell. Hier unten bei Nora Freeze nämlich war wohl eins, das ich noch nicht geöffnet habe. Das schaue ich mir doch gleich mal an. Vielleicht finde ich das ja hier. So. Hier soll man den genau auf der Holzplatte, warte, genau da drauf. Kein Signal. Gohom FM. Mal gucken, stehe ich vielleicht falsch? Ach, vielleicht auch der. Also hier finde ich keine richtige Holzplatte, bei der ich das machen sollte. Ah, doch, hier. Dattelbilanz. Dattelabteil. Datteldefekt. Dattelbambus. Dattelimbiss. Gotham. Kostüm. Nein. Gotham Brokat. Was ist? Würmer? Imbiss. Nein, Würmer-Imbiss ist es auch nicht. Hm. Würmerbefall. Nein, Würmerbefall auch nicht. Dattelbefall auch nicht. Delfinbefall auch nicht, was es alles gibt. Butlerbefall auch nicht. Butlerabteil. Butlerkostüm. Butlerbambus. Butlerventil. Was ist das alles für Lösungsmöglichkeiten gibt? Butlerbilanz. Butlerbefall. Okay. So, wir haben Gotham. Gotham Defekt. Nein. Gotham Bambus. Auch nicht. Gotham Abteil. Auch nicht. Gotham Kostüm. Auch nicht. Gotham Bambus. Auch nicht. Gotham Bambus. Jetzt kommen wir wieder zur gleichen. Dann nehmen wir hier einen anderen. Und zwar Angler. Anglerkostüm ist es auf jeden Fall nicht. Bambus auch nicht. Das ist gar nicht so leicht. Das kann ein bisschen dauern. Batman Kostüm. Wäre zu einfach. Was? Batman Klappe? Batman Kostüm. Batman Defekt. Batman Klappe. Oh. Bambus. Batman Imbiss. Nein. Batman Bilanz. Oh. Die Batman Bilanz. Oh nice. Hat jetzt ja nur gefühlte 45 Minuten gedauert, bis ich das Passwort raus hatte. Was geht denn hier? Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Nee, nicht so richtig, glaube ich. Hier sind halt ein paar Käfer drin. Irgendwas verstehe ich hier nicht. Da ist ein Smiley-Face drauf. Boah, die ganzen Käfer hier drin sind ja widerlich. Wo gehen die hin? Ja, das ist offensichtlich das Easter Egg. Den Joke verstehe ich nicht. Aber ich hätte das nie ohne J-Nerd gefunden. Weil das doch so ein bisschen abgespaced ist hier. Schlagen, hauen, irgendwas anders interagieren kann ich auch nicht. Hier funktioniert sonst nichts. Außer, dass ich ihn anschauen kann. Oh, was ist das? Falcone. Live Insects for Medical Research. Okay. Lebende Insekten für medizinische Übungen. Also Versuche. Jonathan. Ich hoffe, du findest alles und bist glücklich damit. Mr. Fine war sehr spezifisch über die Versende-Details. Und wir sind denen gefolgt bis zu dem Brief. Bis jetzt haben wir 15 einzelne Lieferungen erhalten. Die restlichen sind, werden, sind im Versand und werden bald da sein. Okay. 15 Lieferungen. Das ist ja schon eine ganze Menge. Von lebenden Insekten. Aber warum das denn? Wenn ich jetzt runtergehe, zack, ist er aus. Also hier unten gibt es dann offensichtlich nichts mehr. Außer der Tatsache, dass hier irgendjemand meint, mit lebenden Insekten rum zu eiern. So, ich will mal gucken, ob ich da nicht vielleicht mal reinkomme und da noch irgendwas machen kann. Wahrscheinlich fällt er mir jetzt hier gleich runter. Ja. Okay. Gut. Aber, das war das Easter Egg. Ist schon interessant, dass hier irgendwelche Leute meinen. Witzel gelöst. Aha. Ja gut. Wir haben alles jetzt auf dem Schiff erledigt. Dass irgendwelche Leute meinen, hier irgendwas verschiffen zu müssen. Sehr interessant. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.